Verwenden Sie Diagnose- und Fehlerbehebung in HP Smart, um häufige Druckprobleme bei Windows 10 und macOS-Geräten zu beheben. Sie können viele Druckerprobleme mit dem integrierten Tool zur Diagnose- und Fehlerbehebung in HP Smart beheben. Bei Windows- und macOS-Systemen behebt Diagnose- und Fehlerbehebung Fehler in der Druckwarteschlange, prüft, ob der Drucker offline ist, verbindet ihn nach Möglichkeit erneut und behebt Druckspoolerfehler. Bei Windows-Systemen behebt Diagnose- und Fehlerhebung auch Probleme, warum der Drucker nicht im Netzwerk gefunden wird, prüft nach verfügbaren Treiberupdates und installiert diese und verbindet den Drucker mit dem richtigen Port, wenn eine Port-Fehlanpassung vorliegt. Wenn HP Smart derzeit nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie es aus dem Microsoft Store für Windows-Geräte herunterladen oder aus dem Mac App Store für macOS-Geräte. Um Diagnose- und Fehlerbehebung in Windows zu verwenden, öffnen Sie die HP Smart App. Wählen Sie in der unteren linken Ecke das Symbol Diagnose und Fehlerbehebung. Öffnen Sie auf einem Mac-Computer die HP Smart App und wählen Sie dann Ihren Drucker aus. Wählen Sie in der oberen Menüleiste Drucker und dann Diagnose und Fehlerbehebung aus. Nachdem das Diagnose- und Fehlerbehebung-Tool auf Ihrem Mac OS oder Windows-Computer geöffnet ist, wählen Sie Start. Warten Sie, während Diagnose und Fehlerbehebung ausgeführt wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. schließen Sie HP Smart nicht, während die Fehlerbehebung ausgeführt wird. Wenn Probleme gefunden werden, erhalten Sie von Diagnose und Fehlerbehebung Anweisungen zur Behebung des Problems. Wenn das Problem nicht behoben ist, wählen Sie eine der zusätzlichen Ressourcen aus oder navigieren Sie zum HP Kundensupport und suchen Sie nach dem spezifischen Problem oder der aufgetretenen Fehlermeldung. Um die App zu schließen, wählen Sie Fertig. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Klicken Sie auf die Gäste, den Sie auf die Brücke zu finden, um zuerstellen,了吧 Untertitelung des ZDF, 2020